Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle den Ultramabber. Hehehe. Ist Kalle der alte Fuchs, ne? So, Abflug. Wir müssen eben zu... den Schneidwegswagen rüber zum Drescher bringen. Können wir eben fix mit dem IA10 machen, ne? Dann müssen wir beim Händler vorbei. Müssen hier hin, müssen da hin, müssen überall hin, ne? Also wir haben genug zu tun. Es läuft! Amoretti, schicki, feini, spassi, ey. Es sag ich mal. So, Tubo-Schlepper mit dabei ist für hier den IA10, ne? Premium, Premium! Ah, so ist er den Leben, ne? So ist er den Leben hier. Auf der Butchern. Von dem Ultramapper, ne? Bei mir gibt's den Ultramapper. Dann haben wir ja noch die Supermapper-Family hier. Neue Dings, du. Heiter, ne, ey. Das ist ganz schön crazy hier, ne? So, wir müssen eben in den Rückwärtsgang. Ey, Premium. Das macht so was von Laune, ne? Weil man sich mit der Zeit ein Equipment zusammenstellen kann. Dass du hier Gruppe schalten kannst. Kannst hier schalten. Ne, ist echt cool. Eben ist von da dran, ne? Bei den 6 können wir eben hier lang reizen, ne? Wenn du in den Gang triffst, bist du kleinen Vorteil. Ich hab schon mal wieder ein paar Maschinen geschockt, ne? Was wir jetzt so als nächstes brauchen. Wir müssen leider wieder alles pflügen, wie immer. Wer kennt's nicht. Aber wir haben einen Flug. Wir haben den Kaltstreuer. Ich hab einen Ballwagen gekauft. Ich hab nur einen Streuer geholt. Schau mal. Ne? Hallo, hier ist 30 im Dorf. Mann. Hast du gesehen, wie der langstecht? Komm, wir nehmen die Geheim-Einfahrt. Hier zwischen den beiden Büschen musst du durch. Das geht ja easy peasy, ne? Da kannst du auch nur mit diesem Schlepper so über den Acker heizen, ne? Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Wenig mit hier hin. Richtig gefahren. Ja, ja, ja. Müsst du passen, ne? Wann mal an? Wann bremse rein? Nein. 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 Äh. Gleich. Ach, sing. Ich wolle mich verläppeln. So, da eben langsam hinfahren, ne? Na, dann zu Pest, ne? So muss man, glaube ich, hinfahren. Irgendwie muss man sich da drauf merken können. Gar nicht so einfach, ne? Bist du schon drauf? Ja, ne? Wie meine Konsole, ne? Ein paar Meter hin zurückfahren. Damit wir da auch in den Wagen drinnen kommen, ne? Und das finde ich jetzt nicht so einfach zu treffen, ne? Was ist das? Hä? Guck mal! Passt! Hä? So, wir müssen hier hin. Stroh abschlagen. Ja. Ja, ja. Genau das wollten wir. Nichts anderes. So, wir haben jetzt rein theoretisch... Da muss Geflüchteln. Hier muss Geflüchteln. Da muss natürlich Geflüchteln. Leider nein, ne? Machen wir da, 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 da. Und dann sind wir durch. So, der wieder Kartöffelkiss. Ne, ne? Tatsache. Der ist zum... Mäusemelken mit der Kartöffelkiss hier, du. Das können wir auch direkt umflügen, da. So, fangen wir jetzt mal zu eins, weh? Ja. Ob es noch, oder was? Ja, oder was, ne? Was haben wir in der Steckdose, du? Das sagt dir. Gar nicht so uncool. Hat nicht jeder in der Steckdose. Was, ne? Oh, die muss ich auch noch zum Hof bringen. Total vergessen. Ich glaube, wir binden uns hier an. Und fahren eben ein Stück über die Kartöffelkiss hier, weh? Und stellen wir hinter den Schneidwegswogen dahin. Ja, ja. Klingt noch ein Plan. Dann bremst du raus. Wollten wir nicht, äh, Stroh vom Feld holen? Hier, den habe ich im Dorf geblitzt. Ne, ne, der ist da zu schnell gelaufen. Mal ist 30 im Dorf. Das war echt schnell. Ja, oh moin. Wenden wir den eben an. Wollen wir den ganzen Köne kaputt fahren? Ah, ich habe den ausgemacht. Und cool. So, muss er gerade dran fahren, habe ich gelernt, bei Jan, ne? Hier hin so rumgepeult. So, der Kurs kann raus. Wir brauchen hier. Bli, bla, blub. Verlorent. CP-Kurs generieren. Danke. Wir speichern das mal eben fix. Dreschen, ne? Perfektor. So, du gibst hier Schub. Gibt Schub. Wir vorn denen eben an der Seite, ne? Wie sind wir, ähm, ja, stellen wir da eben an der Seite hin, äh, machen wir hier so hin. Guck mal, da kann ich den dann später wechseln, ne? Jetzt bleibt er da in der Ecke stehen und macht nicht weiter. Ne, es ist zum Mäusenmelden. Mäusenmelden. Ja, okay. Oh, Dögal, nervisi Logge. Hier glaube ich nix zu dauern. Man ist immer ein bisschen depressiv. Aber ich kann die auch nicht immer nur auf den Quadrat setzen. Geht nicht, geht nicht. Wir müssen mal eben hier so ein bisschen Gemüse hin und her fahren, ne? Ah, nee. Vergessen. So, der muss zur Fläche. Können wir den nämlich direkt voll machen? Das ist ja Premium, ne? Wir müssen aber diesmal ein Gewicht hier mitnehmen, ne? Ich glaube, das wäre echt Premium. Guck mal, da kannst du nur mit dem IAC so schnell übern Acker heizen, ne? Jetzt hier kurz an. Springst raus, machst den Wagen dahin. Gehst wieder los. Dass du da ganz fix wieder beim Händler bist, ne? So ist der Plan. Aber ja, puh. Auch nicht so einfach hier, ne? Weil das ist eine 16-fach Map, ne? Aber der Kalle tut das immer einfach so unter den Tisch kehren, ne? Er sagt, äh, du kleine Map, ne? Ja, 16-fach. Klein 16-fach ist sie. Vergiss dir immer zu sorgen, ne? Hier ist immer so viel zu tun. Ist wie auf einer 16-fach Map, ne? So, der muss auch zur Fläche. Kommt er wann? Nein, ne? Wenn hat er Pech gehabt. Oh, mit dem Wagen muss er sich aber schwer tun, du. Ich bin nicht da. Safety first, blinken. Von wegen die Sicherheit und so. Dann stellen wir den am besten. Wieso gehen wir? Lehen wir scheiße zweimal vorn. Hör mal an. Dann kannst du dich hier so rauslehnen. Ziehst den Pin da oben und fährst wieder zum Händler, ne? Weil wir müssen den Stein holen. Sonst wird das, glaube ich, nix mit Bollen laden. So, und dann haben wir das alles schon an der Fläche, was wir beladen müssen. Richtig Premium. Dann sollten wir eben fix nach dem Dreschkasten gucken. Hier ist aber auch ein Verkehr, du. Ich weiß gar nicht, wo die immer alle herkommen. Rückwärtsgänge rein? Oh, oh. Böse Falle. Jetzt habe ich ihn abgefügt. Ja, dann eben nach dem Dreschkasten gucken. Der hat nämlich, glaube ich, leichte Problems hier. Wahrscheinlich hinten in der Ecke auch gleich wieder retten. Pass mal auf. Oder nee? Ist aber auch ein Ruder. Und dann lenkrad, du. Das Licht hat Gewicht immer andersrum, ne? Nicht so Premium. Immer wenn du es eulig hast, ne? So, dann war auch schon mal wieder safe. Gibt er was? Ich will immer den dritten automatisch schalten. Und der hat aber erste, zweite und dann kommt fünfte, sechste. Vergiss ja hier mehr. Oh, na. Schon wieder so viele Japels hinter uns. Und die alle kein Zuhause, oder was? So, jetzt können wir auch endlich anfangen, Ballenwohn von der Fläche zu holen. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen auch mal ein Bild. Machen wir eben Handbremse rein. Machen wir mal eben ein Bildchen, ne? Das ist schon schick, ne? Danke. Minute 5748. Wir haben ein Bild. Guck mal, mit Steiner hintergehen, ne? Und den eben fix voll. Und läuft das. Aber da kriegen wir nicht so viel von rein, ne? Ich schätze mal zwei. Oh, reicht doch. Ach. Da muss ich mich echt noch ein bisschen drin gewöhnen, ne? Das wird jetzt mit Gruppenschaltung formen. Das sind Rundbollen, ne? Könnt's doch einfach genial stoppen. Gruppenschaltung, Svenny. So, dann machen wir auch. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Und wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.